Es war eine sehr berührende Veranstaltung, ich finde es also großartig, dass diese Ausstellung nach Frankfurt gekommen ist, dass ich von Frankfurt veranstaltet wurde. Es war fantastisch, es war fantastisch. Als ich in meinen Erinnerungen habe, Hollywood und die Oscars sind eine amerikanische Institutionen, so ich habe die Freude zu sein, als ein Patron, an der Exhibit, die für die Oscars in Frankfurt betrifft, ist wie Weihnachtsmann für uns. Aber jetzt, die Oscars geht zu, und Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, können eine wunderbare Ausstellung sehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die Exhibition war fantastisch und jeder, der Film liebt, muss zu dieser Exhibition kommen. Es ist hervorragend, es trinkt in deinem Herz und ihr habt einen tollen Zeit. Unsere Kuratoren, wir haben es schon gehört, Jessica Nibel und Michael Kinzer, haben ganze Arbeit geleistet und vor allen Dingen eine Arbeit, die wir beneidet haben. Wunderschön, diese Filmbeiträge zu sehen, diese Momente, die man immer wieder erkennt im Leben, wunderschön zusammengetragen.